Freiheit ist so wunderbar, wenn man sie hat, ganz klar. Denkst du, frei bist du mit Geld, hast du sicher weit gefehlt. Denke nach und zeig gescheit, befreie dich von jeder Abhängigkeit. Jede Droge ist ganz schlecht, sie macht dich zu ihrem Knecht. In einer Gemeinschaft leben, wird immer wieder Zwänge geben. Willst du Freiheit nur anstreben, musst du auf dem Monde leben.